Mariella Ahrens begeistert mit Bikini-Foto Mariella Ahrens, 53, urlaubt derzeit in Ägypten und schickt ihren Fans und Follower, ihnen gerne Impressionen aus dem Sommer. Das Spiegel-Selfie, das sie vor zwei Tagen postet, kommt dabei ganz besonders gut an. Der Grund, Mariella trägt darauf nur einen Bikini, verhüllt ihre Kurven nur mit einem weißen transparenten Kimono. Sie posiert weiß sich perfekt in Szene zu setzen, um das Beste aus dem Schnappschuss rauszuholen. Den Oberkörper leicht nach vorne gestreckt, den Po nach hinten, so kommt der Body der 53-Jährigen super zur Geltung. Das fällt natürlich auch ihren Fans auf. Für das sexy Spiegel-Bild bekommt Mariella viel Zuspruch. Auch von ihren Kolleginnen aus dem Show-Business. Dani Büchner schickt Flammen-Emojis. Ebenso wie Gitta Sach und Jenny Elvers. Viele machen der Schauspielerin Komplimente. Freuen sich über den intimen Einblick. Sie haben die Promilooks der letzten Woche verpasst. Den Fashion-Ticker finden Sie hier. Janganer